Musik Und Richard Guttingen den Sieg, der in den GT3-Badio gekämpft hat, am Ende war der Monty Racing mit dem Doppelsieg erfolgreich, aber das ist nicht gut. Und jetzt wollen wir jetzt noch eine weitere Runde, die wir jetzt haben, die wir jetzt haben, und kurz nach der Halbzeit des freien Trainings, nur die Hälfte des Helden der Monty, dann haben wir die Kurs zu dreien. Das ist alles. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR